Was ist mein Kovac-Bike? Mein Kovac-Bike ist das schnellste Verkehrsmittel für mich durch Heidelberg durch und sicher auch durch viele andere deutsche Städte. Ich bin im Vergleich zum Auto nicht nur schneller, sondern gleichzeitig auch entspannter. Ich muss keine Parkplätze suchen und ich tue dabei noch etwas für meine Gesundheit, weil ich mich an der frischen Luft bewege. Das Coole an den Kovac-Bikes ist auch, dass sie sehr, sehr leicht sind. Das birgt einige Vorteile, angefangen vom Handling im Alltag. Da die Bikes je nach Modell nur zwischen 11 und maximal 80 Kilogramm wiegen, kann ich die, egal ob es darum geht, das in die Wohnung zu tragen, in die Bahn zu bringen oder auf einen Fahrradträger im Auto zu lupfen, einfach selber jederzeit gut handhaben. Gleichzeitig macht das Fahren auf so einem Bike aber auch deutlich mehr Spaß, weil ich eben nicht das Gefühl habe, auf so einem 25-30 Kilogramm Monster manövrieren zu müssen, sondern wirklich das Fahrgefühl wie auf einem ganz normalen Fahrrad habe. Bei Kovac fließt ganz viel Herzblut in das Design der Bikes. Das geht bei der Auswahl der Farben los und erstreckt sich aber in jegliches Detail, was hier rauf und runter diskutiert wird. Das sieht man am Ende an so Lösungen wie unserem integrierten Rücklicht, den fünf LEDs, die perfekt eingepasst aus den Rahmenscheinen oder auch unserem Taschenhalter. So entsteht aus dieser Vielzahl von Details am Ende ein wunderbares, ein rundes Produkt, das seinesgleichen sucht. So entsteht aus der Bikes. Vielen Dank.